HOTE BGM Mr Mike Mr Mike Yo es Mr Mike. Heute eins gegen eins gegen Marvin. Ich weiß eigentlich dass ich echt nicht auf seinem Level bin heute aber ich tue mein Bestes Und Ich tue mein Bestes, was soll ich sonst noch sagen. Schauen wir mal. Der betreibt mal. Naja Bis 16 Punkte Kommst ganz normale Regeln, make it, take it. Beim Ring wird er mit dem Brett raus, oder? Schon, oder? Das mache ich sowieso immer. Ja, aus dem Dreier, genau. Wir sind ja fair. Und mit Spielball und ohne. Genau. Okay. Wirfst du drüber nicht? Mit dem alten Ball. Nein, das ist schon nicht fair. Dann können wir tauschen. Okay. Philippines. Auf Schreiben. Unschuld! Hey! Sprech! 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 6-0. Nicht mal geschützt, macht bald. Nicht mal schützt, macht bald. Mach hin! Mach hin! Oh! Darf ich weggehen! End! Neun! Neun! Zehn! Zwölf! Zwölf! Zn heads! 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, . Hängt an! Voll schlecht! Hängt an! Ah! 15 15 Ich bin mir sicher Wahnsinn Ja Das ist der Marvin Der ist ganz schön fit, der Marvin Ich war ja nicht verletzt, so wie er Ja, das ist echt Gute Steps Du darfst nicht weggehen, musst immer dran kleben Gut trifft alles, war ein Ich geh noch eins, hier geh noch eins Gut 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 Ich bin schüße. Ich bin schüße. Warte, ich bin schüße. Das war's! Denkst du noch nicht so far. Aber. Schiff. Das ist der Box. Das ist der Box. Woh! Werde! Manche! 12-2 Es war ein Blick. Oh, Schal! 2'6! 2'4! 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 Ah! Das ist richtig. Also. 13 Beile. Nein! Nein! Das geht. Das geht. Wer nicht verteilt denkt, wer passiert. Beide. Ich hab eh wieder gut verteilt. Teilweise. Teilweise. Leck mich, fuck. Drei Punkte. Hatte echt einen guten Anfang. Aber wenn die Ausdauer wieder besser wird bei uns beiden, dann kommen wir dich ins Dach. Aber ich bin jetzt gar nicht so K.O. Ich bin schon. Scheiße. Aber Marvin, Marvin ist gefährlich. Und du bist ja bereit für Mario und Eugen. Mario, hier hast du mal jemanden. Nicht immer nur gegen mich. Wir haben vor acht Jahren, das war das. Genau. Ich bin jederzeit bereit. Vor acht Jahren hat Mario sogar gequittet. Er hat das Spiel nicht zu Ende gespielt. Ein bisschen anzustacheln. Gegen Marvin ist es keine Schande zu verlieren. Echt ein guter Junge. Der ist fit. Aber es macht auch Bock. Es macht eh mehr Spaß gegen bessere zu spielen. Weil nur dadurch wirst du auch wieder wirklich besser. Verstehst du? Und wir machen noch ein paar Spiele. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Und dafür, dass das mit meinem Knöchel war, meinem Sprunggelenk, fühle ich mich eh recht fit. Also ich finde, doch, da kann man drauf aufbauen. Das ist das, was mir jetzt hier von dieser Partie eine Lehre mitgibt. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Marvin, Instagram verlinkt alles. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Bis bald. 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 Bis bald.